Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Crew, wir spielen Gazzit und heute dabei ist der Macmanius. Hi Leute. Die Nancy. Hi. Gorobai. Moin moin. Das ist der HB. Hallo. Und die Jungs vom Sofa Gaming. Schönen guten Tag. Und der Sachsen. 14. Der Sachsen. Let's Player. Hallalalala. Mal schauen was das Sofa Gaming da baut. Saiga. Oh mein Gott. Nichts. Lava. Ja. Cheater. Ja. Wie eingereckt. Wow. Dass es so einfach ist. Oh ne. Ernsthaft? Das hätte ich auch gekocht. Das hätte ich auch hingekriegt. Das war jetzt blöd. Ah. Ich find's doof, dass selbst wenn man alle, also wenn jeder das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kinu. Kinu. Obwohl du gut gebaut hast. Ja. Ging halt nicht besser. Nichts. Richtig. Oh. Oh. Äh. Käfig. Hä? Ja. Beachtet einfach das was ich daneben setz nicht. Aus Versehen. Hä? Ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Ja. Was könnte das wohl sein? Ja. Keine Ahnung. Ja. Was könnte das sein? Wie lange hab ich noch? Sechs Minuten Sekunden. Eine Minute. Eine Minute? Opferzimmer. Opferzimmer. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Opferzimmer. Straf. Straf. Ja genau der. Vormes. Passt. Fifty Shades of Grey. Ey, natürlich. Äh. Äh. Hm. Wieso kann mich nicht spawnen lassen? Was nicht geht? Nein! Was soll sonst sein? Ich hab's doch gerade gehört. Gehört vorne. Danke Scheiße. Ah. Könnt's dann dann sein? Ey, sag mal ernsthaft. Entweder sind wir richtig unfähig oder einfach nicht bauen. Äh. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht was ich in die Mitte setzen soll. Ähm. Äh. Jetzt bin ich gespannt, ey. Vogelkinn. Oh. Oh nein. Wie ich? Das ist fies. Und was hättet ihr gebaut bitte? Ja, das ist fies, hab ich schon gesagt. Achso. Wir hätten das hier bauen können. Ist doch nice, oder? Äh. Nancy? Ja, lass mich doch mal was suchen hier, was da los ist. Äh. Was? Noll. Was? Was ist das? Goro bei du Cheater. Was? Der nächste Zerrat? Was ist es denn? Oh ne, oder? What the fuck? Oh ne, ein Scheiß. Ist auch riesig gut gebaut eigentlich. Ja, ne. Ich hab echt geile Skills. Ein Scheiß, Alter. Oh. Ist das dumm. Ist das dumm. Ist das dumm. Ist das dämlich. Ich denke immer zu kompliziert. Geil. Warum steht denn mein gelber Block da unten? Steht der weg? Wer ist denn jetzt der Rote? Das ist der Random. Mal gucken was der jetzt raushaut. Der macht das jetzt. Der reißt das Ding noch. Na total. Luft. Das habt ihr schon geschrieben. Hund. Katze. Bin wieder für Vogelkäfig. Was wird das denn jetzt? Was? Hä? 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 What the fuck? Ähm. Sag jetzt ja nicht, du hast ne Idee-Gorola rastig aus. Pyramide. Glühbirne. Hä? 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 Aber er hat recht mit dem Schlechtbauen, ne? Das muss man ihm echt lassen. Sag mal das so. Ne. Äh. Ne, aber das wird doch... Pyrimidi? Pyrimidi? Pyrimidi. Ja, ja. Äh. Keine Ahnung. Ne, warte mal. Pyramide. So. Pyramide. So. Äh. Ist das ein Schlüssel? Ah, für mich sieht das aus wie das anders, aber das ist nicht jugendfrei. Warte mal. Ach. Ich schreib lieber Schlüssel. Ne, auch nicht. Es ist, denk ich mal, Dildo. Nein. Ach niemals. Nicht mit so nem Kackstift vorne dran. Was ist denn das passiert? Was ist denn das passiert? Nein, Mann. Welche Fracht... Welche Frucht ist gelb? Ich hab schon Birne gehabt, aber... Ne, welche noch? Ach shit. Eine Orange hat so'n Ding nicht. Ohne hab ich noch versucht. Glocke. Glocke. Okay, ja. Okay, ja. Ja, kann man... Kann man so anbieten. Ach du Scheiße. Das kann ja was machen. Es war eigentlich gar nicht schlecht gebaut, wenn man es mal so überlegt, ne? Was baut denn da sagst du da? Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Ganz simpel. Parkler. Erstmal alles schwarz testen. Die Farbe hat immer was damit zu tun, oder? Jetzt kann ich nichts mehr erkennen, was immer mit schwarzer Glocke ist. Ja, naja, es gibt's... Eigentlich ist es meist braun. Warum nicht mehr braun? Ist eigentlich fast immer braun. Ja, ja. So, stellt euch jetzt was vor. Warte mal. Mach mal auf. Lege etwas hinein und mach es wieder zu. Da gibt es solche Engel, die liefern das. Hä? Hä? What? Jetzt bin ich total überfragt. Die Engel sind gelb. Ja, ja. Die Engel sind gelb. Hä? Ja. Oh, go vorbei ist ja der Absahner mit den Punkten. Ja. Ich hab noch Platz 4 erst. Eieieieiei. Ich hab noch zwei Sachen richtig erraten. Gott, Katja. Ich hoffe ich komm nicht dran mit dem... Oh, Katja. Da wärs nie drauf gekommen, echt. Mit dem Bauen. Okay, los geht's. So vergeben. So, dann bin ich gespannt. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Dann Björn, hau rein. Oh mein Gott. Ähm. Jo. Komm. Wund dran, stell dich nicht so an. Ja. Echt mal. Ähm. Aha. Weniger immer mehr Bauen. Ja. Da kommt man nie drauf. Was ist das denn jetzt? Äh. Hm. Hm. Soll jetzt nicht dasselbe Bauen wie Boe eben. Also. Nur ein Stein. Das sieht aus wie Sachs ist, was er grad gebaut hat. Oder das. Aus einem anderen Werkstoff. Hä? Gott, wieso man das... Es geht nur um das in der Mitte. Tippe. Ähm, das versteh ich nicht. Gibt Tipps. Ähm. Tja. Ja. Wir müssen den nächsten Nippel durch die Lasche ziehen. I'm very spragnose. Du musst schon irgendwas bauen, damit wir das haben. Ja. Oder du gibst uns Tipps, so wie Sachse gemacht hat. Ist um Auto zu finden. Auto? Ja. Ah 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 scheiße wie ist das? Ah man jetzt fängt es nicht an. Ähm. Äh. Ne. Ne. Im Motor. Im Motor. Im Motor. Im Motor. Im Motor. Ja. BAM. BAM. Ich war da. Nein. Nein. Ja. Kann das sein? Ja. Jetzt sieht man das auch. Aber du hättest das noch anders bauen können. Kolben! Du hättest die Kolben von Minecraft nehmen können. Richtig. Ja Tino nicht. Du Angeber. Sag doch immer. Dann nimmt er die Punkte weg. Oh Gott. Ab der Scheiße. Es ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Okay. Jetzt mal ernsthaft. Ach wisst. Achso Toru hat schon geschrieben. Totz. Hab ich geschrieben. Eisengrohle. Ja du lachst. Äh. Ups. Welch hat auch schon geschrieben. Hm. Ah. Der Gorobai baut natürlich so. Dass ich mich jetzt umpositionieren muss. Hä? Dann lauf schneller. Oh. Ich hab mein Material nicht mitgenommen. Slenderman. Nein. Was ist das denn gewesen? Was? Ach mir gar nicht. Also das mit dem Gold. Einfach mal ein bisschen Farbe reinzubringen. Was hast du da geschrieben? Genau. Sieht aus wie Slenderman wenn ich ehrlich bin. Also ich hab schon Angst davor. Ich find das sieht nicht geil aus man. Irgendwie im Pet. Ritter. Ah. Oh mein Gott. Ja. Was ich? Wieso ich? Ninja hab ich eingegeben. Och Melo. Das war ein hartes Mal. Ich krieg's natürlich jetzt noch. Ritter kommt man doch locker leicht erkennen oder nicht? Absolut. Also das find ich auch. Absolut eindeutig. Ach komm ihr tut angehen. Das geht so nicht. Das war doch wirklich gut gebaut. Wie hättest du das denn gebaut? Ihr müsst euch jetzt so hinstellen dass ihr frontal zu mir steht. Du hast es gut gebaut. Frontal also dahin. Frontal. Schnell um positionieren. Bau nix. Bau nix. Bau nix. Geh weg. Meine. Okay. Ich steh hier. Läuft. Wird auch ein. Manneken. Ah Manus. Müsst ihr erstmal ausblenden hier. Das wird schwer. Ja ihr müsst euch einfach vorstellen dass der Arm sich dahin bewegt. Fertig. Ist mir jetzt egal. Was? Was? Doch wartet wartet wartet. Ich kann mir jetzt nicht besser vorstellen wie ich den nachbauen soll. Es ist einfach ultra schwer. Achso das war ja ein Mensch. Ähm. Puh. Puh. Du sagst es man. Äh. Wie sind denn die eigentlich? Genau. Die sind auf jeden Fall. Die Wolle wird jetzt die Seide sein. Die Seide. Die Seide. Ja siehste. Ich hab das echt. Du Mann. Äh. Ja es weiß es. Was weiß du? Ich irgendwie noch nicht so. Äh ok ich weiß es doch nicht. Das hätte mich jetzt stark gewundert. Also es sieht aus wie ein Bogen. Ja es ist ein Bogen. Und die Unbewohner aus Amerika hatten die Dinger auch. Ja. Äh. Wie heißen die? Indianer. Hör mir. Oh Gott ist das was. Piss ey. Oh die. Die Amerikaner hatten das. Sind sie bestimmt schön. Passten wirklich. Ist schon ok. Stich spreche. Geile Sebastian. Sehr sehr gut. Echt eine geile Runde. Na gut das war es schon wieder. Ja es ist vorbei leider. Ja. Ich hab gewonnen. Das war's. Wunder hier ab. Guru bei. Ja dann bis zum nächsten Mal ne. Haut rein. Haut rein Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.